Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dungeon Dragons Online mit mir in Arresto, meinem Charakter in Arresto und unserem Teamkollegen Sisul. Wir sind hier vor Tomb of the Physician, welches The Chamber of Ramat ist, einer Quest, der ersten Quest in den Demon Sands und die mit dem geringsten Level. Alle anderen sind nämlich Level 11 oder drüber. Es ist eine Tomb Quest, eine der drei Tomb Quests und zwei dieser Tomb Quests kannst du, also kann man relativ schnell machen, indem man nichts anderes macht, als das, was wir gleich machen werden. Und zwar durchrennen und hinterher eine Wall of Fire hinlegen. Natürlich könnten die Typen hier leichte Probleme bereiten. Darum die Divine Caster töten und danach kann man wieder weiterrennen. Evokers sind meines Erachtens nach zwar keine Divine Caster, aber sie sterben genauso schnell. Und dann kann man wieder weitergehen. Und das hier ist eine Sackgasse, das heißt, hier sind wir schon mal falsch. Wir müssen nämlich Explore the Tomb machen, mehr nicht. Hier haben wir zwei Champions, aber die lassen wir hier alle weiterrennen. Und dann legen wir hier ein Web hin und legen dann eine Wall of Fire hin. Das Web ist auf einem mir unerklärlichen Umstand verschwunden. Und jetzt wurde ich genocked. Und wie ihr seht, damit sind die schon tot und wir können hier weiter. Bei den Blade Barriers solltet ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr durchgeht. Könnt ihr unter Umständen Schaden verursachen und so. Und dieser Typ wirft Heels. Aus diesem Grund werfen wir hier jetzt nochmal eine Wall of Fire hin. Und lassen ihn hier drin stehen. Die Aeromancer sind ein bisschen nervig, weil sie nämlich Gas of Wind und so ein Zeug machen. Und dadurch eure Walls of Fire teilweise desbellen. Aber ansonsten, wie ihr seht, kommt man hier relativ gut durch. Wir haben zwar jetzt eine ziemliche Mana-Schleuder betrieben, weil mein Web nicht losging, wodurch die ganzen Typen uns hinterherlaufen konnten und so. Aber ihr könnt es euch vorstellen, normalerweise klatscht ein Web hin, lasst die Gegner drin hängen, wirft eine Wall of Fire drauf und gut ist. Hier haben wir wieder richtig viele von diesen Hyänen. Das heißt, wir können sie erstmal weiterlaufen lassen. Denn wir müssen tatsächlich nur dieses Turm exploren. Diese schäferte Kampfer wurde um die Räume der Servantklasse zu halten. Und hiermit haben wir wieder Harried, das heißt, jetzt kommt die Wall of Fire ins Spiel. Das heißt, wenn jetzt unser Teamkollege herkommt, dann würden alle Viecher irgendwann mal verrecken. Wie ihr seht, ein paar Rares sind auch dabei bei der Geschichte, die sterben dann natürlich auch und lassen vielleicht sogar hier Chests fallen. Und ja, ich will diese Mysterious Remnants. Ich habe mir immer noch nicht durchgelesen, was genau man dafür kriegt, aber wir haben schon einige davon. Mir kommt es so vor, als wäre ich irgendwann dispelled worden. Ich glaube, das machen die dämlichen Mumien manchmal. Grundregel bei den Tombs, je höher ihr geht, desto richtiger seid ihr. Das heißt, wir schauen einfach mal weiter, bis die nächste Wall of Fire fliegen muss. Und sobald hier Explore the Tomb weggeht und wir stattdessen ein anderes kriegen, sind wir richtig. Diese kaltige Kampfer haben die mummifieden Körper der Soldaten, die sie wegziehen. Aha, das Explore the Tomb ist weggegangen. Was jetzt natürlich nicht drin steht, ist, dass jetzt auf der anderen Seite logischerweise der Tomb ist, den wir, oder das ist, was wir tatsächlich haben wollen. Und zwar die Mumie, die wir töten müssen. Das hier ist er. Und darum geht hier die Wall of Fire. Und die Wall of Fire sorgt dafür, dass jetzt der Physiken gestorben ist und wir die XP dafür gekriegt haben. Und ja, wir lassen jetzt einfach mal alle an der Gegner hier verrecken, damit wir auch noch rausfinischen können. Aber vorher müsste ich euch dann noch etwas sagen. Und zwar, wie ihr seht, es gibt diese Extra Optional für das Ziel von ihm nehmen. Was genau hat das damit auf sich? Wie bereits gesagt, es gibt drei Tomb-Quests. Zwei davon sind praktisch Pre-Quests. Und zwar, äh, Chamber of Ramat und Chamber of Ryume oder so. Und dann gibt's eben noch die, die Tomb of the Wizard King. Und es gibt, äh, drei verschiedene Seals. Eins davon ist im Tomb of the Wizard King selber drin. Die anderen beiden jeweils in den Vor-Quest droppen, wenn man eben den Boss killt. Und die kann man dann Genies in die Hand drücken, damit die Genies eine nicht bekämpfen, sondern einfach verschwinden und einem Solo XP geben. Ist relativ sinnvoll, weil die äußerst nervig sein können, weil sie verdammt reduzierten Schaden kriegen und auch so ein bisschen nervig sind und so. Auf jeden Fall, man sieht sich, bis zum nächsten Mal.